Was geht das? Ja, erst mal gefrühstückt. Die Bände bei der Hände. Jetzt wird das auch noch einiges machen. Die Suppe lebt. Beliebend auch nicht. Boah. So. 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 So, das ist ein interessantes Nummernschild. 2,9 Kilometer der Strasse. Nach unserer kleinen Backerweih kannst du mit Kreditkarte bezahlen. Alles dürfen bleiben. Habt ihr da. Einmal noch ein guter Schreiben. Und er läuft. Ne, bis er natürlich mit dir denkt, dass er nicht Spaß bekommt. Dass sie das machen weiß ich nicht. Ich denke mal von der normalen Bäckerei. Und auch alle haben Spaß. Das ist normalerweise. Selber backen. Selber verkaufen. Über Verluste und das wieder. Aber wenn da einer kommt. Ich wünsche die Karte bezahlen. Ja, ich kann das nicht hören. Ich muss das eigentlich nicht erbringen. Ja, da war doch noch ein junger Mann. Der war ja ganz freundlich. Und dann. Hat er den. Aufkundet. Ja, den. Die merken, dass ich Kaffee bestelle. Kaffee. Und da hat er mir noch gleich Kaffee eingefallen. Vielleicht was das denn. Das ist ja auch ganz nett. Aber nur halb voll. Ich hab voll bezahlt. Ich muss das voll haben. Da hab ich mir dasselbe noch voll gekauft. Da hab ich mir dasselbe noch voll gekauft. Ich weiß, was er mir da rein getan hat. Das hab ich auch gar nicht gesehen. Das war unangenehm. Dass wir irgendwie eine andere Karte aufführen. Das war. Das wollte ich selber machen. Da hab ich den Tabletten reingekriegen. Ich werde jetzt ausrufen. Die die alle spät. In einem Kilometer hin. Weiß ich, wenn wir alle der zweiten Ausflug verlassen. Das ist ja auch. Ich weiß, dass wir die Karte aufführen wollen. Jetzt recht. Dann lass's da drauf aus. Soll ich mich schlafen? Ach, da bin ich auch hell In 300 Metern den Kreisverkehr an der 2. Austart verlassen und der 100 weiterverkehrt. Den Kreisverkehr an der 2. Austart verlassen. Ja, wenn wir das mal sagen können. Das sind 10 Kilometer der Strasse. Soll das ja, wenn wir das mal sagen können. Sollte vom 4. Austart verlassen. Strasse auf der 1. Säcke von 5. Versagen. Sollte des Strasse. We schreiben Laursche auf der 1. Säcke aus. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020